Ja, es ist richtig tragisch. Die Neuparteien machen alles falsch. Sie fragen nicht, wo hat mich das System manipuliert, falsche Reformen zu wollen, sondern denken, Sie als Durchmanipulierte wüssten die Wahrheiten und so weiter. Ja, und größer kann der Irrtum nicht sein. Bitte werden Sie alle Mitglied bei die Basis und beantragen Sie endlich die Next Scientists for Future so zu nutzen, dass die Ihnen sagen, hoppla, Sie wollen die falschen Reformen, weil das System Sie manipuliert hat. Ja, also die Schlüsselfrage ist überhaupt, ach so, und hier unten an dem rechts, an dem rundlichen Ding bitte, die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, also halten Sie es für möglich, dass das System Sie manipuliert hat? Ich glaube, dass die meisten Menschen antworten, nein, ich halte das nicht für möglich. Denn schließlich hat meine eigene Sparte, ich habe eben so durchgesappt, so zwei Videos zum Thema Psychotherapie, das Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein vergrößern. Es gibt nichts Schlimmeres, also nichts macht Menschen kränker und zu Dauerpatienten als diese Wahnvorstellung davon, dass die Menschen mehr Selbstbewusstsein bräuchten. Das erzeugt Dauerpatienten, weil diese selbstbewussten Menschen dann sozusagen ihr manipuliert sein, also die vorteilbringenden Irrtümer, ihr Lobbyist wie der Willen sein, also ihr die Gehirnwäsche, die sie in den Kopf bekommen haben, dann auch noch selbstbewusst nach außen hin vertreten und dafür kämpfen. Sie kämpfen also quasi für die vorteilbringenden Irrtümer, die sie im Kopf haben, kämpfen sie vehement und mit aller Kraft dann, ja. Dadurch werden sie natürlich noch unglücklicher und werden dann Dauerpatienten für meine frühere Sparte, die Psychotherapeuten und die esoterisch-spirituellen Psychotherapeuten und so weiter. Und alle bereichern sich dann sozusagen daran, man hält die Leute krank, man macht die Leute krank und unglücklich und dann bereichert man sich daran. So wie das halt Sparten tun, ja. Also, die meisten Menschen, wenn ich die jetzt fragen würde, die meisten Menschen besonders die Psychotherapeuten-Opfer, ja. Wenn ich die frage, halten sie es für möglich, dass das System sie manipuliert hat, falsche Reformen zu wollen? Dann werden mir die meisten antworten, nein, also, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, was richtig ist. Und genau das ist der größte Fehler, den Neuparteien machen können. Neuparteien müssen erst einmal quasi hier zu den Next Scientists for Future gehen, in die Schule gehen, ja. Also, erst einmal in die Schule gehen und erst einmal lernen hier, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Also, bevor man über Reformen redet, muss man erst einmal erkennen, welche vorteilbringenden Irrtümer, welcher Sparten habe ich im Kopf, wo bin ich Lobbyist wie der Willen, welcher Sparten und wo neige ich deswegen dazu, völlig falsche Reformen zu befürworten, einfach nur, weil das am Ende irgendwelchen Sparten Profite bringt und irgendwelche, ja, also dieses, ja, ich sag nochmal, was die Psychotante da gesagt hat, ja, dass wir aufhören sollen zu zweifeln, Selbstzweifel beenden, Vorteil, Selbstbewusstsein, also quasi letztendlich die Leute sollen eben das, was echte Wissenschaft ist, nämlich der Zweifel, also echte wissenschaftliche Herangehensweise an die Welt ist immer an allem zu zweifeln, hier, ja, also die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches, also sozusagen, dass man sich zusammensetzt in Talkshows und gegenseitig zweifelt an den Konzepten und dass man sozusagen dem Selbstzweifel in gesunder Weise die Tür öffnet, nämlich, wo bin ich eventuell manipuliert worden, ist meine ganze Weltsicht ein einziger Irrtum und Fehler sozusagen, ja, also diese Fähigkeit, die wissenschaftlich formuliert wechselseitige Falsifizierungsversuche, ja, das heißt, ja, offen werden für Selbstzweifel ist die Voraussetzung dafür, gute Politiker zu werden oder überhaupt voranzukommen und diese, die Psychotherapeuten sorgen dafür, dass die Leute die Manipulationen, die sie im Kopf haben, selbstbewusst auch noch propagieren und dadurch auch noch andere infizieren mit den vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, ja, also das ist der Hammer sozusagen, was die Menschheit braucht, ist viel mehr Selbstzweifel, viel mehr Zweifeln, ja, Hinterfragung, ja, Also, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Jetzt gucke ich mal, ob ich nochmal die Alleinstellungsmerkmale irgendwo finde, ja, da habe ich sie gleich. Hier, da steht es auch nochmal, die Alleinstellungsmerkmale der nextscientistsforfuture.de, ja, Die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist als einzige Chance für die Menschheit. Wenn die Neuparteienmitglieder nicht endlich anfangen, an sich zu zweifeln, anstatt ihre Irrtümer immer weiter zu propagieren, ja, Ja, sozusagen, Leute, ihr müsst anfangen, es für möglich zu halten, dass ihr durchmanipuliert sein worden seid mit den vorteilbringenden Irrtümern eurer eigenen Sparte, Aber auch alle anderen Sparten, und dass ihr deswegen dazu neigt, das Land genauso schlecht zu regieren wie die Altparteien. Ihr müsst neu denken, ihr müsst zweifeln an euch und müsst sagen, kann mir jemand helfen, kann jemand mein Weltbild falsifizieren, Also kann jemand aufzeigen, dass mein Weltbild falsch ist und warum und wo da die vorteilbringenden Irrtümer stecken und so weiter. Deswegen, das neue Menschenbild, neues Menschenbild, der Mensch von heute ist ein Lobbyist wie der Willen, mit einem Lobbyist wie der Willen Weltbild, Randvoll mit vorteilbringenden Irrtümern, irgendwelcher Sparten, die davon profitieren, ja. Dann erst kann man sich zuwenden den Weltbildfragen, nämlich der neuen echten naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre inklusive evolutionsbiologische Politikwissenschaft, korrigierte und kompletierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie, mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, Viat, vorteilbringende Irrtümer, Abbautechnik, die Ausweitung des Stiftung-Warentest-Prinzips auf alle und alles, die Stiftung-Warentestisierung der Welt. Ja, das sind die Alleinstellungsmerkmale, aber all das können wir ja, es macht erst Sinn zu diskutieren. Achso, ich hätte ja hier einfach nur draufdrücken können, hier so, dann kriege ich mich ja selbst wieder hier hin. Ja, also Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Selbstzweifel, Selbsthinterfragung, Zweifel, wo, bitte helft mir, mein falsches Weltbild zu falsifizieren, helft mir, vorteilbringende Irrtümer. Und dazu laden wir ja jeden auch ein, bitte jetzt sofort dann anrufen bei den nextscientistsforfuture.de und sagen, wo wir uns irren, wo wir nicht genügend an unserem Menschenbild und Weltbild zweifeln, wo wir im Irrtum sind, wo wir vielleicht noch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten der Gesellschaft im Kopf haben. Ja, also Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Das hat keinen Sinn, wir haben es jetzt gesehen, jedenfalls hier, bei den Wählern reichte es, unsere Reformen zu benennen, um um 56% zu kriegen. Aber hier, bei den Neuparteien, die sind nicht so gut wie die Wähler. Die Wähler sind schlauer, weil die nicht so, die haben, ja, Leute, die in Parteien gehen, sind ganz oft Menschen, die Lobbyist, wie der Willen ihre eigenen Sparte sind und die irgendwie, wie das die Begründerin der Gemeinwohllobby formuliert hat, die kochen so ihr Süppchen, ja, die gehen in die Partei und wollen dann Reformen durchsetzen, die Profitgelder bringen für ihre eigene Sparte. Und dass solche Leute natürlich unsere Reformen ablehnen, das ist ja verständlich. Ja, aber wir kriegen hier, wie die Wähler, also wir brauchen ja eine Partei, die vernünftig wird, ja. Und deswegen, es hat jetzt keinen Sinn, uns auf die Wählerinnen zu konzentrieren, denn die sind keine Partei, wir müssen die Parteien ansprechen. Und die Parteien können wir nur ansprechen, da können wir nur etwas erreichen, wenn wir die öffnen können für den Selbstzweifel, für die Abkehr von einem pathologischen Selbstbewusstsein, das die Psychotherapeuten lehren, um die Menschen noch unglücklicher zu machen und sie zu Dauerkunden zu verwandeln sozusagen, sondern wir brauchen in den Parteien möglichst viele, die möglichst viele, die also sozusagen ja sagen, ja, richtig, ich ahne, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und zu besseren Reformen. Und die freie Argumentekultur des wechselseitigen, des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit, ja. Ja, dann lese ich mal weiter, was wir an Kurznachrichten haben. So, nein, ein Tagesthemen noch, was haben wir noch sonst an Tagesthemen, ja. Also das habe ich gestrichen, okay. Und dann haben wir hier. Ja, die Frage von uns muss sein, Falsifizierung, finden Sie das gut? Da müsste eigentlich jeder Wissenschaftler antworten. Ja, das finde ich gut, denn es ist ja das Grundprinzip der Wissenschaft, ja, dass ich offen bin für Falsifizierung. Ja, und dann meine Frage, sind Sie auch offen dafür, dass wir jetzt mal darüber reden, Ihr Weltbild und Ihr Menschenbild und unser Weltbild und unser Menschenbild zu versuchen zu falsifizieren mit Argumenten, mit freien Argumenten? Ja, das ist der Weg, ja. Ja, Selbstzweifel, Falsifizierung, kein Selbstbewusstsein, nicht selbstbewusst irgendwie als Lobbyist, wie der Willen irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten durchzuboxen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, Sie haben hier, Sie haben, schauen Sie, frühere Sendungen, da wird ja immer wieder auch erklärt, in fast 900 Sendungen wird ja erklärt, was, wie das Ganze funktioniert mit den vorteilbringenden Irrtümern. Ohne über Selbsterkenntnis zu sprechen, macht es gar keinen Sinn, über Welterkenntnis zu sprechen, denn wenn die Leute, Lobbyisten, wie der Willen irgendwelcher vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten sind, dann kommt man beim Weltbild, stößt man auf das Weltbild irgendwelcher Lobbyisten wie der Willen und irgendwelcher Sparten und da kommt man dann nicht weiter. Die Heute-Show, gestern Abend hat sich die Heute-Show lustig gemacht über Waldorf-Pädagogik, über Rudolf Steiner und damit eigentlich auch über die Basis und wir 2020 EU, denn die Basis und wir 2020 EU haben ja den Riesenfehler gemacht, machen alles falsch, die Neuparteien da irgendwie sich direkt zu Waldorf-Pädagogik und zu Rudolf Steiner und so weiter zu bekennen und auch zu, ja, anthroposophischer Heilkunde sich positiv zu stellen und damit trifft natürlich dieses Lächerlich-Machen-der-Heute-Show, das wird wieder dafür sorgen, dass Abermillionen Menschen eben genau deswegen dann die Basis und wir 2020 EU nicht wählen werden, weil eine Partei, die sich mit so lächerlichen Inhalten beschäftigt und da quasi Lobbyist wie der Willen ist für irgendwelche Anthroposophie-Sparten und deren Profitinteressen Politik machen möchte, dass, ja, also ich glaube, dass da die Heute-Show ganze Arbeit geleistet hat, ja. Ja, gute, ja, also sozusagen Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Liebe Parteimitglieder, dürfen Sie sich überhaupt fragen, wo Sie Opfer der anthroposophischen, vorteilbringenden Irrtümer sind, wo Sie Lobbyist wie der Willen dieser vorteilbringenden Irrtümer einer profitorientierten, selbstsüchtigen Sparte sind, die auch nur ihr Süppchen kochen möchte, um noch einmal die Begründerin der Gemeinwohl-Lobby zu zitieren. Schluck Wasser. Ja, also gute Politik und gute Politiker und gute Parteimitglieder beginnen eben erst, wenn sie sagen, Leute, wo bin ich voll von vorteilbringenden Irrtümern, wo neige ich dazu, falsche Reformen zu machen im Dienste irgendwelcher Sparten, die mich manipuliert haben. Ja. Wissen, wie es richtig ist, reicht nicht. Jedenfalls nicht hier im Internetfernsehen. Das reicht vielleicht bei den Wählern, aber es reicht nicht bei den Neuparteien. Die Neuparteien sind wesentlich weniger offen für neue Reformen als die Wählerinnen. Da aber Wählerinnen nicht selber zur Wahl antreten, brauchen wir als Partner mindestens eine neue, gute Neupartei. Und die, da müssen wir mit denen über Selbsterkenntnis sprechen und Selbsthinterfragung und Selbstzweifel. Vorteilbringende Irrtümer, welcher Sparte produzierten in mir welche falsche Reformidee? Das ist die Schlüsselfrage. Ja, also liebe Mitglieder der Neuparteien. Welche vorteilbringenden Irrtümer, welcher Sparten produzierten in meinem Kopf falsche Reformideen? Das ist die Schlüsselfrage, ohne die wir nicht weiterkommen. Ja, und dann nochmal ganz kurz der Hinweis, die bei uns ja im Zentrum stehende Anekdote vom alten China, dass der Arzt also angeblich so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf gesund und glücklich waren. Wenn auch nur einer unglücklich oder krank wurde, reduzierten alle die Geschenke. Und so war dann der Arzt motiviert, immer präventiv für Gesundheit und Wohlergehen und Wohlfühlen aller zu sorgen. Diese Anekdote ist eigentlich ein Musterbeispiel für die Stiftung Warentestisierung der Welt, die wir ja im Weltbild drin haben. Und das zeigt nämlich diese Merkmale. Alles ist transparent. Jeder weiß alles. Also das heißt, das ist bei der Stiftung Warentestisierung dann die Rangliste aller Ärzte in meinem Viertel oder die Rangliste in der Stadt, in der ich wohne oder in der Region ich wohne. Und ich mache dann einen Umkreissuche und ich suche mir dann die mit der höchsten Ranglistenposition aus, die Praxis mit der höchsten Ranglistenposition als meine Hauspraxis aus. Das ist praktisch das gleiche Prinzip, das ist die Anwendung der Anekdote, nämlich dass am Ende sozusagen derjenige, der den größten Gesundheitsnutzen entfaltet, also bei dem die Kunden eine Entwicklung in Richtung bessere Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten aufweisen, den kann ich mir dann raussuchen. Und dadurch hat am Ende die Praxis die gleiche Motivationslage wie bei der Anekdote im alten China. Nämlich wie kann ich Gesundheit mit allen Mitteln und Wohlergehen und Gesundheit mit allen Mitteln durch mein Kursangebot, mein kostenloses Freizeit- und Wochenendkursangebot so gut steigern, dass ich in den Ranglisten nach oben klettere. Und das ist die gleiche Motivation wie bei der Anekdote im alten China. Also Anekdote vom alten China führt direkt zum Konzept der Stiftung Warentestisierung, denn das Problem ist, dass es eben im Dorf des alten Chinas kannte jeder jeden, jeder sprach mit jedem und diese Situation haben wir heute nicht mehr, besonders in einer kapitalistischen Welt, in dem sozusagen der einsame, kaufsüchtige Single, der mit niemandem mehr redet im Hause, sozusagen das Wirtschaftsziel ist. Und ja, da ist es eben so, dadurch, dass die Menschen sich nicht mehr über alles austauschen, brauchen wir diese Transparenzranglisten im Sinne einer Stiftung Warentest für Ärzte und Praxen, für alle Praxen und so weiter. Und das ist dann die Lösung. Ja, ich glaube, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also Mitglied werden bei die Basis, Antrag stellen, überhaupt in der Neupartei Mitglied werden. Das gibt es noch österreichische Familienpartei, die ich gerade angerufen habe. Ja, also Mitglied werden in einer Neupartei und dann Antrag stellen, lasst euch helfen, nutzt die nextscientistsforfuture.de, die wissen, wie man es vermeidet, wieder schlechte Reformen zu wollen. Ja, also nochmal, es ist total tragisch. Bisher, alle bisherigen Neuparteien, auch die durch uns Beratenden, bleiben am Ende wieder dabei hängen, dass sie alles falsch machen. Sie fragen sich eben selbst nicht ständig, wo hat mich das System manipuliert, falsche Reformen zu wollen. Und wir haben sicherlich auch den Fehler gemacht, dass wir die Parteimitglieder wie Wähler behandelt haben, nämlich gesagt haben, wir stellen denen die Reformen dar und das wird reichen, um die zu begeistern. Das hat teilweise geklappt, aber auch teilweise nicht, weil eben Parteimitglieder nicht so offen für neue Reformen sind wie Wähler, sondern Parteimitglieder haben schon bestimmte vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten im Kopf, sind irgendwo schon Lobbyisten wie der Willen für irgendwelche Sparten, haben deswegen schon bestimmte Reformkonzepte im Kopf, die sie dann auch noch selbstbewusst, ohne Selbstzweifel verteidigen und gar nicht hinterfragen wollen und auch gar nicht falsifizieren wollen. Und dadurch sozusagen neigen Parteimitglieder eher dazu, die falschen Reformen zu wollen und nicht wie die Wählerinnen gute neue Reformen zu begrüßen. Also deswegen die Schlüsselfrage stellen sich leider die meisten Parteimitglieder nicht. Wo hat mich das System manipuliert? Bei Corona-Ausschuss hieß es, bei meinem Auftrag tritt Fehlanreize im System. Termin 12 ab 1 Stunde 47.22. Ja, also wo hat mich das System manipuliert, falsche Reformen zu wollen? Das ist die Schlüsselfrage, die jeder, der Mitglied in einer Neupartei ist, ständig sich fragen sollte. Wenn das nicht geschieht, dann wird alles scheitern. Und denn die Wählerinnen warten auf einen ganz großen Wurf und sie warten nicht auf wieder nur falsche und schlechte Reformen. Tschüssi, bis bald.